Leute, jetzt muss ich euch mal was zeigen, das ist richtig geil. Ich hatte hier eben so ein komisches Geräusch gehört und habe mich noch gefragt, was soll das sein? Ich dachte, dass der Motor ist es. Ach du Scheiße, ich kann es euch jetzt mal vorführen, vielleicht hörst du es. Es ist also auch, wenn der Motor aus ist. Ich habe es gefunden. Guckt mal hier. Seht ihr es? Meine Hupe ist abgeschimmelt und schleift hier auf dem Fußboden rum. Ich fasse es nicht. Oh Mann, kein Kommentar. Ist das geil. Gehört die denn dran? Hier oben? Ei, 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 ei. Geiler Scheiß. So. Die knüpfen wir jetzt mal gerade hier ab. Der Kracher hoch drei. Nicht übel. Schöne Sache. Geil, oder? Geil, oder? Geil, oder? Da haben wir jetzt mal mehr Rot he 얼마 W? Ja. Geiler